. 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 Karli, zähl mal deine Haarenlänge. Ja, man, man. Herkul ist das am Start, wir sind hier in Malaga. Mach die mal nach vorne so komplett. Ariel, die mehr junge Frau, wurde weggehauen. Das kommt schon, mach mal eine Performance so. Bruder, ich war jetzt ernst. Bruder, sehe ich aus wie so ein australischer Surfer, der so Britney-abstiegs machen würde? . 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 Du siehst fünf G's in Valaklavas. Wieder laufen drei CV's hinter mir her. Ich mach die Monade. Schlimmer. Tschüss, was habt ihr gemacht? Wir haben ein Dings geholt. Nein! Der Colin bezahlt das nicht. Wir haben das uns selber gezahlt. Wir haben 150 Euro für die Gemeinschaft gezahlt. Guck mal, Jungs, wir müssen ein System machen, dass jeder einen Pfubi in den Topf trifft. Bei zehnmal ist es schon mehr als 150. Einmal fährst du nochmal raus? Was? Tankstelle. Was für Tankstelle? Ey, Dicker, ihr wart vier, fünf Stunden weg, Bruder. Was willst du denn bei der Tankstelle? Was denn? Was brauchst du? Sag mal. Ein seltener. Schokolade? Nein, was? Haben wir doch hier. Nein, es ist nicht kalt. Ich will rausfahren, Mann! Wir haben Eiswürfel. Gibt's Essen? Ja. Hinschen, Nudeln, Chicken Wings. Hast du keinen Respekt? Hast du keinen Respekt, Bruder? Nein, 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 nein. So, ich guck mal, jetzt ist das schwer, Dicker. Erzähl mal der Kamera, was du möchtest. Ich will zu Burger King. Warum? Wie? Weil ich nicht gegessen habe. Warum nicht? Gibt's nichts? Gibt's noch Apfel! Wie gibt's nichts? Dicker, ihr habt gerade geholen. Ich mach kein Tapus auf den. Nein, Bruder, hör auf damit. Bruder, hör auf damit. Glaubst du, wenn Pizza hier wäre, ich hätte nicht gegessen? Ich hätte auch meine Mutter schon gegessen. Bruder, warum ist die da nicht offen? Weil er raus... Biggie, helf mir. Hast du gerade rausgenommen? Was denn? Glaubst du essen hier vorher? Schau mir, ich darf nicht zu. Hm? Warum willst du? Für Burger King. Siehst du? Ein dickes Menü. Du hast keine Ahnung, lass mal fahren. Hier. Nuggles. Wer hat jetzt Bock alle die Stunde zu warten, Dicker? Okay, Martin, ich war besser. Chicken Wings. Das macht das nicht. Das Knochen. Ja. Wegen Knochen und so. Wie kann man keine Chicken Wings winnen? Wow. Wow. Das ist schon hart, Bruder. Wow. Das ist schon hart, Bruder. Kloch. Du bist jetzt froh, ne? Gucke. Ich muss Schachs machen. Er hat sich einfach so froh geworden. Jawohl. Schau dir, Hanno. Hallo, Hanno. Wie bist du? Jetzt musst du dir meinen Klatsch geben. Jetzt musst du dir meinen Klatsch geben. Jetzt musst du dir meinen Klatsch geben. Jetzt musst du dir meinen schönes Gesicht haben, dann musst du so. Wollen wir mal schauen. Okay, zeig! Du hast doch noch mal geholfen. F*** auf und schreit! Neee! Ich hab' gar Fotzen, Junge! Get off, boys! Security! Get off, boys! Mischte war Antez, die hübsche Zeige. Ich bin die andere, die fetten. He don't want you! She don't want you! Jetzt ruhr! She don't want you! Hey, hey, Baby! Baby! You're a cheap bitch! F*** you! F*** you! You're a cheap bitch! So, wir sind jetzt gerade die Location für morgens scouten. Hier mit David bei Visual Films. Der Bruder hat hier was Schönes rausgesucht. Bringt uns hier zu einer alten, verlassenen Burg. und das als Hintergrund. Der war geisteskrank. Ah, nein! 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 Hallo! Hallo! Ah nein! Ein... Ein Sturt! Stell dich mal so auf, als du eine Performing würdest. Oh mein Gott! Sieht das krass aus, Bruder! Die ganze Aussicht, egal wohin du bist. Wenn Baru lacht immer, äh, wenn Barri lacht immer. Ja, ich hab das gemacht, aber das kam nicht so gut als Guder. Ich hab das gemacht, aber das kam nicht so gut als Guder. Nein! Nein! Wallah, ich hab mich jetzt wieder wieder gemacht. Ich liebe dich, Wallah! Ist gar nicht gut. Ja. Ich hab dein Mittagsschlaf gemacht. Ich bin jetzt so alt, als ob ich von 1970 bis jetzt gepennt hätte. Ich kann sowas nicht eigentlich, wie kann ich schlafen so machen. Aber dann snack ich mir doch einfach mal den Thunfüsch noch vor drei Tagen weg. Wie wär's denn damit, um wieder zu sich zu kommen? Ey, warte mal, wie war das eigentlich? Als du ins Zimmer eben gekauft hast, sag mal, als du gelacht hast, so. Ich hör dein Lachen so richtig erschrocken hab eben. Und hab's so gemacht. Boah, der hat mein Leben genommen. Ich geh so, die alle drei schlafen. Ich will grad so ein Video machen. Sag mal, er so. Er hat die ganze Zeit gesehen, dass ich da war. Ey, der hat mich erschrocken. Was das für ein Getränk sein sollte? Ist Alkohol drinne? Nein, wunderbar nicht. Ich brauche alles. Probier und erklär mir, erklär mir wirklich, was das ist. Das ist einfach bitter. Was ist das aber? Das ist wie die Limettenschale. Ja, Dicker, was ist das? Man kann's nicht beschreiben. Wie Zitronenschale oder auch? Auch nicht, auch nicht. Alle haben's jetzt auch wieder. Ich hab ein Schiff geglaubt. Bei vier Leuten steht noch nicht fest, ob die weiterkommen oder nicht. Aber trotzdem bereitet euch schon mal vor für den Fall der Fälle. Die zwei, die nach Hause fahren, da ist es halt so. Aber die anderen zwei, die werden auf jeden Fall dann eingesetzt. Okay? Damit ihr bescheid seid. Also, dann sei das Notierung passiert in beiden Teams. Wie eingesetzt? Guck mal, wir sind morgen, bitte zu Jungs. Wir sind morgen in der Top 10. Das heißt, wir machen 5 gegen 5 Cyphers. Okay? Zwei Teams. Ein Fimper gegen das andere Fimper Team. Zwei Fimper Cyphers. Genau. So. Achso. Ja, stimmt. Baré und Kali und ... 39 Proben. Tschüss. Wie heute. 10 Uhr morgens. Letzte Chance. So. Guck mal, wie viele sind wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Bruder, grad ist auf jeden Fall viel Hektik, ja. Also, wir sind nur noch wenige Leute. Zwölf Leute, Bruder. Jetzt alle Solo-Song, Bruder. Es wird auf jeden Fall hart. Man merkt ... Bruder, ich drehe mich um. Es sind nicht mehr so viele Leute da. Man merkt auf jeden Fall. Es sind nicht mehr so viele da. Es wird auf jeden Fall spannend. Krass. Wallah, Wallah. Sehr, 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 sehr krass. Also, ich habe keine Worte. Ich bedanke mich einfach auf jeden Fall an BZ, an Emre, an Sandro, an das ganze Team hier von Aiken. Ich gebe mein Bestes, ja. Also, ich bin jetzt schon wirklich zufrieden, dass ich bis Top Ten gekommen bin. Und ja, ich glaube, jetzt wird es richtig hart. Jetzt wird es richtig ekelhaft. Es ist schon seit Tagen ekelhaft, aber jetzt ... vorbei. Jetzt ist es ekelhaft. Wir sind am Marsch, alle. Jetzt wird es richtig ernst. Und hier ist nicht einer der Schlechteste. Alle sind richtig krass. Ich weiß nicht. Nein, ich finde es. Auch an dich. Ich habe es auch gerade gesagt. Hat morgen den besten Song aus, den du machen kannst. Du musst jetzt einen wachen. Ja, das ist alles Top, was du je gemacht hast. Ja, das ist alles Top, was du je gemacht hast. Ja, natürlich. Mach einen Hit. Ich finde es schafft das. Was machen, Baro? Was machen, Baro? Barre, Bruder. Reicht doch, Bruder. Ich küsse euer Herzen, Bruder. Reicht, Barre. Die was machen. Siehst du doch, mein Bruder. Habe Scheiße. Bruder, du siehst doch immer gut aus. Und du brauchst einen Hasch mit. Sag es du, Emre. Dreh mal das Handy um, Bruder. Und dann sag das nochmal. Guckt euch den an. Mach mal ein bisschen Werbung für meinen Bruder. Mein Bruder, du brauchst auch einen Hasch langsam. Erscheide deinen Namen. Rascha. Rascha, ich hol den jetzt. Hol den Rascha. Wallah, hol den. Rascha. Der braucht einen Hasch, du musst ihn retten. Beni çardılar. Wir sind Bruder. Der schreit dir deine Habe. Du hast mich schon einmal gesagt, komm, schreit deine Habe. Rasscha, du willst du? Du gehst die Habe mit dir. Abiler, was du? Ich weiß nicht. 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 Pigi. Wo ist deine Habe? Was? Nein, sag mal bitte wer. Du verratest mich. Du verratest mich, wenn ich sag's. Verratst du mir, wer das war? Das war eine Sache, aber da war was anderes, da waren wir so 10 Sekunden dabei, aber... Wer war das? Wir tun den Kamarusschen, dann schock ich mir dann nach ein Jahr etwas, was hier liegt, oder? Oder? Nein, das weiß ich ja, oder ich bin schon noch ein bisschen drüber. Kannst du dir helfen? Ja! Ja! An alle den Schlüssel, Wassermelone mit Zitrone, halt gemacht. Guck mal, jetzt will es jetzt deine Reaktion. Ich erwarte gar nichts Großes, ne? Okay, dann gucken wir es. Wollah ganz normal. Immer das Gleiche mit dir, Bruder. Guck mal, wie intensiv das schmeckt, Bruder. Wollah ganz normal. Ich will mich jetzt mal machen. Kannst du es mal noch mal probieren? Ich check nicht. Boah, das macht's. Ey, korrekt, danke, ne? Schmeckt behindert. Aber was ist das? Boah, das so schnell ist der. Ich hör'n beide unter, ne? Boah, das schmeckt ein behindert, Bruder. Da zieh'n, bleib'n unter'n Radar. Kapitiv, Regen, kommt auf meine Nylon. Prada, an den See, vor Polis, muss ich schweigen. Partner, Appetit auf Profit. Nach Benzin, riech' die Jeans wegen weißem Sacken. Ey, da kommt diese Bridge. Ey, ich sag' ich mach's nie wieder, doch ich mach's auf und ich bin so weit weg. Ey, ich sag' ich mach's nie wieder, doch ich mach's auf und ich bin so weit weg. Wurde groß zwischen Dienern vor nem Hochhaus, Blocks sind verloren im Rack. Ey, ich bin so weit weg. 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 13 Racks hab' ich am Mann, ich bin ein Big Player. Big Broski wartet nur darauf, dass du ein Mistake machst. Fuck so sportlich, geb' meinem Youngen einen Schrittzähler. Stell' mal keine Fragen, ich hab' Antwort in mein Windbreaker. One-Shot reicht, Deutschland weiß. Ich kauf' Teufel ein, das zum Freundschaftspreis. Und mach Teufel klein, pack's im Beutel ein. Was ein Ding, das ein Teufelskreis. Ey, ich freu' ne Benzo, ich schluck Benzos. Hab Kontakte bis nach Venlo. Das ist mein Hemmshow. Wurde gebastelt wegen Encro. Nicht mehr am Bendo. Volle Nase, volles Tempo. Voll auf Sendung. Ey. Ich sag' ich mach's nie wieder, doch ich mach's auf und ich bin so weit weg. Ich spuck' groß zwischen Dienern von nem Hochhaus, Blocks sind verloren im Dreck. Ich bin so weit weg. 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 Und da hast du so viel reingekommen. Das war aber so jung. So, 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 so. Kennst du diese Practions? Ja, ja genau. Das muss als letzten zwei irgendwie doch nicht sein. Das war krank. Oh, dann haben wir eine Rap-Maschine, eine Sing-Maschine, eine Beatbox-Maschine. Bruder, was bist du noch anders? Ich bin so nervös. Aber wie findest du den Beat? Richtig scheiße, Bruder. Auch den Trick richtig kacke. Ich weiß. Sit down here. Mach die Kamera. Mach die Kamera weg von mein Gesicht. Sit down right now. So, so, what you gonna tell me? Today? Yes. Today? I gonna eat. What you gonna eat? I gonna eat a toast? Brat? Ah, 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 ah. What you have? Where's your teller? My country, we don't have a teller. Why are you making this to me, hey? Don't make this to me. I'm gonna eat a toast? Don't tell me. Don't tell me. Go on. You go on right now. Go on. Get on my face. Get on my face. Get on my face. What is this? Hey, hey, hey. Don't make this to me. Ich mach die Anseig. 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 You win the turkey? Taipi Allah. Taipi Allah. Ich mach die Anseig. Ich mach die Anseig. Ich mach die Anseig. Ist dein Anseig? Nein, Mann, aber ich ohne Trenner. Brat, das Haufen. Da haben wir den schlimmsten Lack draufgelegt. Da waren diese Ekelbaumse, die ausgespürt haben. Du hast selber da hin gespuckt, ja. Frau. Na, 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 Na. Du hast selber da hin gespuckt, diese Kack-Bombom. Hey, Jungs, wala. Wala. Ich mach die Anseig. Hey, ich mach das, ja? Ja. Schmeckt aber? Die Bruch rausschneiden. Das ist das Gute so, Bruder. Jetzt mach es einfach so. Das sollte so sein, das nicht. Jetzt mach einfach so. Bruder, wo wart ihr, als ich italienische Pizza gekocht hab, Bruder? Ich hab gekocht im Wasser. Wisst ihr? Wo seid ihr, Junge? Wo seid ihr mit ihr Nidges? Heute Abend mit Azou Live. Show me your pocket, yo. Show me your fucking pocket. Today, wir machen den Champagne Shower. You get me? Grapp!